Musik Hallo, hier ist B.M. Bodner. Wir kommen bei der heutigen Sendung für Verzeihung und Ersteuerung 2004 an. Diese Sendung wird am nächsten Sektor für 2292 auf allen drei Sektionen wiederholt. Wir werden die Ausgaben aus letzten Jahren aus 1386 Jahren. Wir wünschen euch viel Freude beim Hören. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung. Die Sendung wird am nächsten Sektor für die Sendung.